Hallo Leute, ich zeige euch kurz wie man ja Acts gebaut in Minecraft dafür braucht ihr ah, schon wieder tun wir die Items offen ähm, dafür braucht ihr Sticks ähm, die platziert ihr so übereinander dann könnt ihr zum Beispiel eine mit den Holzflöcken, guten Blanks, eine Holzachs machen mit ähm, Cobblestone, eine Stein mit Eisen, Eisen mit Gold, ne Gold und mit Diamant, ne Diamant-Axt machen das war's schon wieder, bis zum nächsten Mal, tschüss